Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jürgen, Krebs, und Puckdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint euch das einfach getrunken? Der Minister hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, so lange es ist! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, nie das verrestige, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Ich bin das Feiglinge! Verreißer! Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch ein Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer Glammeln hält! Jahrelang hat das Militärme der Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden Tag nur als Wettkrieg... Widerstand! Ich hab' ich weggelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Missgestellten, ganzer Robber erobert! Verräter! Von allem Anfang an, bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt dem deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie wird das Zaufele in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, öffnen Sie sich, der Volk ist! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Dann sind was Sie mal!